Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Daniela und ich möchte mir mit dir in diesem Video genauer anschauen, was man machen muss, wenn in einer Rechnung Strichrechnungen und Klammern vorkommen. Außerdem werden wir zwei Rechengesetze kennenlernen. Starten wir gleich damit. Ein wichtiges Gesetz in der Mathematik ist das Vertauschungsgesetz oder auch Kommutativgesetz genannt. Es besagt, dass man zwei Zahlen in einer Rechnung vertauschen kann und noch immer das gleiche herauskommt. Probieren wir das gleich mit einer Addition aus. 7 plus 3 und umgedreht 3 plus 7. Rechnen wir zuerst 7 plus 3 ist gleich 10. Wenn wir die Zahlen jetzt vertauschen und 3 plus 7 rechnen, kommt auch 10 heraus. Das heißt, das Vertauschungsgesetz gilt bei der Addition. Wir können bei einer Addition also immer die Reihenfolge vertauschen, ohne das Ergebnis zu verändern. Probieren wir das gleich mit einer Subtraktion aus. 8 minus 2 und umgedreht 2 minus 8. Rechnen wir zuerst 8 minus 2 ist gleich 6. Jetzt versuchen wir, wie bei der Addition, die Zahlen zu vertauschen und rechnen 2 minus 8 ist? Hier bekommen wir keine Lösung in den natürlichen Zahlen. Das heißt, das Vertauschungsgesetz können wir bei der Subtraktion nicht verwenden. Bei Subtraktionen dürfen wir also auf keinen Fall einfach die Reihenfolge der Zahlen vertauschen. Ein zweites wichtiges Gesetz in der Mathematik ist das Verbindungsgesetz oder auch Assoziativgesetz genannt. Es besagt, dass man sich die Reihenfolge aussuchen kann, in der man Teilrechnungen berechnet. Probieren wir das gleich wieder mit der Addition. 4 plus 6 plus 8. Wir haben hier also zwei Additionen, die in einer Rechnung aufgeschrieben sind. Wir können daraus also einzelne Teilrechnungen bzw. hier Teilsummen bilden und entweder zuerst 4 plus 6 oder zuerst 6 plus 8 rechnen. Probieren wir zuerst aus, indem wir zuerst rechnen, 4 plus 6 ist 10 und danach 10 plus 8 ist 18. Oder wir rechnen zuerst 6 plus 8 ist 14 und erst danach 4 plus 14 ist 18. Wir sehen, uns kommt in beiden Fällen das gleiche heraus. Das heißt, bei der Addition gilt das Verbindungsgesetz. Es ist bei Additionen also egal, welche Teilrechnung man zuerst berechnet. Die Klammern, die ich hier gesetzt habe, zeigen an, was man zusammen berechnen soll. Das haben wir ja auch schon im vorigen Video kennengelernt, dass man Klammern immer zuerst bearbeiten muss. Probieren wir das Ganze mit der Subtraktion. 23 minus 9 minus 5. Wir haben hier wieder zwei Subtraktionen, die in einer Rechnung aufgeschrieben sind. Verwenden wir wieder die Schreibweise mit den Klammern, um herauszufinden, ob es egal ist, mit welcher Teilrechnung wir beginnen. Die Klammern zeigen uns wie immer an, was zusammengehört und womit wir beginnen müssen. Starten wir also mit 23 minus 9 ist 14 und 14 minus 5 ist 9. Jetzt beginnen wir mit 9 minus 5 ist 4 und 23 minus 4 ist 19. Ups, hier bekommen wir nicht das gleiche Ergebnis. Es ist bei der Subtraktion also nicht egal, mit welcher Teilrechnung wir beginnen. Wir müssen immer mit der ersten beginnen. Bei der Subtraktion gilt das Verbindungsgesetz also nicht. Was wir aber machen dürfen ist, wenn es in einer Rechnung mehrere Subtrahenten gibt, also so wie bei unserer Rechnung, nämlich 9 und 5, so dürfen wir diese zuerst zusammenfassen, also addieren und dann die Summe subtrahieren. Wie schreibt man das Ganze jetzt auf? 23 minus 9 minus 5 ist gleich. 23 minus, Klammer auf, 9 plus 5, Klammer zu, ist gleich. Hier haben wir also unsere zwei Subtrahenten, 9 und 5, zusammengefasst, also addiert und in eine Klammer gesetzt. Jetzt rechnen wir 9 plus 5 ist 14 und danach 23 minus 14 ist 9. Du siehst also, das ist jetzt das richtige Ergebnis. Super, jetzt hast du schon das Vertauschungsgesetz und das Verbindungsgesetz bei Strichrechnungen kennengelernt und weißt, dass Klammern immer zuerst bearbeitet werden müssen. Im nächsten Video werden wir uns die zwei Gesetze bei Punktrechnungen anschauen. Bis gleich!